Also, liebe Stocker-Freunde, als erstes möchten wir uns einmal bedanken bei WTC Aldersbach, dass sie uns für das Spektakel nominiert haben. Hey! Da war ein Pipo, der ein Zeug lieber selber frisst und sagt, da haben wir eine kleine Grill-Party angekriegt. Also, ihr kriegt nix. Hey! Im Gegenzug möchten wir immer mir was. Deswegen nominieren wir mir Bavarias. Hey! Filzthal. Hey! Und den CCC Irrverstor. Hey! Die Regeln haben bekannt, das wisst ihr, eine Woche Zeit. das Video ins Netz zu stellen, ansonsten müsst ihr bezahlen! Hoi! Wo ist ein? Wohlverstädter! Holverstädter! Wohlverstädter! Holverstädter! 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 Holen! 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 Die macht ihr. Ah! 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 Hau! Wie hau mich wieder aufs Maul! Mal auf! Jawoll! Merci! So, mit mir noch mit der Bayern. Das tut man ohne Gummistiefel! Prost! 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 So, jetzt gehen wir raus mit Bikini und Bariosen!